So Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge, die Callisto-Protokoll. Und ja, wir haben in der letzten Folge einen Absturz hingelegt. War wieder so halbvolkreich. Aber jetzt sind wir da mit Dani. Wieder vereint, IPIA. Ich will mich erst mal umgucken, ne? Na klar, du weißt ja nie, wo versteckte Dinge wieder lauern. So, hier ist nix. Ich kann aber auch nicht sprinten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, wenn wir weite Wege gehen, aber gut. Also, die Kolonie unterhalb der Oberfläche. Ist bestimmt ganz dolle spaßig. Betten hier ist noch so richtiger, richtiger Mist, der hier auf uns lauert. Ich habe echt kein gutes Gefühl dabei, ne? Oh, da habe ich aber was, da habe ich was blitzen sehen, ja. Aha. Inventar voll, scheiße. Der Akku. Können wir mal eben ganz kurz gucken. Warte mal. Lass das mal eben los. Wir müssen mal eben gucken, wenn ich den Akku nehme, ob ich, ach Quatsch, ob ich den Akku nutzen kann. Nein, kann ich nicht nutzen. Dann lassen wir den mal los. Brauche ich den nicht. Nehmen wir den Energieumwandler erstmal wieder. Hier ist noch was. Kann immer noch nicht sprinten. Energieumwandler. Was kommen wir denn dafür raus, ey? Makellose Energieumwandler. Entschlüsseler. Die sind teuer. Flintenmunition. Auch Flintenmunition. Ich habe halt extrem viel Munition, ne? Ob es da vielleicht nicht sinnvoll ist, mal eine Munition rauszuhauen. Und dafür Geld zu sammeln. Mein 6-Mass-Gunk. Wenn ich die fallen lasse. Die Munition ist halt auch schon wichtig. Aber Geld auch. Ich lasse die Munition mal hier. Hier ist ja sowieso. Also. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo was finde und wieder hier hinkomme. Ich habe aber immer noch genug Munition. Noch mal so dazu, ne? Also. Ich glaube, das war schon gut. Vielleicht ein bisschen traurig ist, aber. Okay. Ich hoffe, dein Plan bringt uns nicht beide um. Gucken wir mal eben hier, ob hier irgendwas ist. Oh ja. Ja, wir sollten nicht mehr looten, meint ihr, ne? Hast du recht. Ich hatte gehofft, wir haben Glück. Es muss noch ein weiterentwickeln, wenn du runtergehst. Schön. Schön. Ich habe gehofft, wir haben mal Glück. Ja, da hätte ich dir auch sagen können, dass das nicht funktioniert. Mit dem Glück. Ich brauche mal Glück für den Automaten. Ich muss definitiv da lang. Ah, hier kann ich auch nicht runterfallen. Okay, alles klar. Ja, aber ich habe viel Glück. Danke. Ich sehe noch einen Weg. Wir sehen uns später. Noch vorsichtig. Ist schlimmer, als ich dachte. Okay, finde einen anderen Weg nach unten. Ja, nach unten kommt man ja immer irgendwie. Oh. Ich kann hier aber auch nicht sprinten. Okay. Okay. Ich versuche einfach nicht drüber nachzudenken. Sehr gut. Ich denke, wir müssen da runter. Ja, wir gucken, ob hier was ist. Das ist Munition, ne? Ja, das ist gut. Ja, die, 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 die haben ja immer rumgelassen. Die ist wieder hier. Okay. Oh, ja. Ah, bin ich da. Alles gut. Alles im Griff hier. Ja, da, hier was. Oder sind das so, das was, was dann, Schutt und Geröll, was hier runterfällt. Hier ist aber auch schon verdächtig ruhig hier, was Piecher angeht. Nicht, nicht, nicht jetzt kaputt gehen, wenn ich hier so zwischengequetscht bin. Das ist nicht gut. Okay. Oh, Glückwunsch. So, ein Schritt weiter als ich. Oh, wo gehe ich denn hier hin? Ach, jetzt. Und immer weiter runter. Runter ist immer gut. Na, immer schön tiefer rein in den ganzen Mist. Hier drüben. Hab den Wartungskorridor gefolgt. Sehr gut. Komm, es ist nicht weit. Ja, chill. Da komme ich nicht durch. Okay. Wäre da sein können. Was? Ach, hier komme ich tatsächlich durch. War das gewollt? Aber es hat null gebracht. Hier ist ja nichts. Was war das denn? Das war ein scheiß Steichweg. Das fällt mir hier enorm, ne? Was ist das hier? Okay. Okay, hier geht es nicht weiter. Oh, das sieht gut aus. Könnte ich da hinten verkaufen? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ja, du schaffst das. Ach, nein. Ich glaube, ich habe einen Verkaufsautomaten gesehen. Nein, nein. Lein. Das war's. Oh, no. Boah. Was zum Teufel? Oh, oh. Wie sieht das jetzt? Das sind blinde Viecher? Die jetzt an den Wänden kleben. Ja, Prost Mahlzeit. Das hat mir jetzt auch noch gefehlt. Das sind die Urviecher hier, oder was? Ich glaube, wir werden mal vorsichtshalber mit... Da hängt doch auch einer, oder nicht? Ist das auch einer? Guck mal, der wabert da doch schon. Kannst du mal sagen, was du willst? Der lebt doch. Er lebt doch nicht. Kannst du mich jetzt an... Huah! Wie? Teufel. Teufel. Ich weiß nicht wie, aber diese Dinger sind auch... anders... älter. Reagieren auf Geräusche. Falls du mich hörst, ich versuche das Transportzentrum zu erreichen. Jetzt ist es für euch. Ich habe auch einen Ausbilder. Vorher gehts aber auch noch nicht an die Erdem. Das ist für euch. trumpet. Das ist für euch. Das ist für euch. Das Gute ist ja, Wege dich leise. Jaja, das ist mein Plan. Also die können mich nicht sehen. Das ist ja schon mal gut. Aber die sind stark. Das ist schon mal nicht. Ich hab den ja gerade echt zerteppert. Make a sound. Da ist sie, wenn... Oh, da bräuchte ich keine Munition verschwenden. Ich kann die dagegen knallen. Oh boy. Kleben alle an der Wand. Wie lang? Da hängt doch auch schon wieder einer da hinten. Frage ist, ist das jetzt optional oder ist das da hinten optional? Ist das mir ja lieber ist? Oh. Lass dich, ich kann die weg. Ah. Oh. 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 Okay. So sieht er mich. Das ist schlecht. Oh, lad nach. Lad nach. Oh. Oh. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, da hängt auch einer. Oh, hallo! Okay, das wird kein Spaß. Okay, das scheint der Weg zu sein, der wichtig ist. Da sind ganz viele Feinde. Dann ist das hier hinten wahrscheinlich optional. Gehen wir erstmal hier hinten gucken. Gucke ich mir das erstmal hier an. Also fände ich keinen Krach. Okay. Wo bin ich denn jetzt hin? Wenn ich jetzt hinter der Ecke direkt vorkomme, bin ich am Arsch. Da kommt man wieder. Oder wäre es mal hier in der Ecke? Okay. Okay. Das ist gut. Okay. 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 Ich habe anscheinend einen Sound gemacht, das war nicht gut, ok komm her. Ok, ich kann sagen, ich gehe mal eben hier durch. Alter, würdest du dich auch mal beeilen? Würdest du dich echt mal beeilen? Bist du bescheuert? Naja, das mit dem keinen Sound machen funktioniert nicht so unbedingt, ne? Habe ich so das Gefühl? Vielleicht ist es jetzt mal Zeit, die dicke Wumme auszupacken. Ok, let's go. Fangen wir es an. Ok. Ok. Die Wumme war nicht stark genug. Ok, das ist interessant. Ähm. Das ist interessant. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ok, dann gehen wir erstmal hier hinten lang, da wo es so schön war. Ok. Das Problem ist, wie ist denn die Taktik? Ok. Wenn der wach wird, dann einfach... Ähm. Was ist denn? Was ist denn? Das ist ja okay. So. Aber jetzt ist halt die Frage, war ich gerade zu laut oder sollte der sowieso... Okay. Der sollte anscheinend sowieso ploppen. Okay, alles klar. Lad nach, lad nach, lad nach. Offensichtlich sollte der so oder so ploppen. Komm, wir was. Oh, die sind eher jetzt alle. Alle geploppt. Gehen wir erstmal weiter hier. Eigentlich will ich die ja auch mit Schleichen killen, wenn ich ehrlich bin. Mach das, mach das fette da. Teile doch da jetzt kaputt. So. Ist hier gar nichts mehr? Oh, scheiße. Da ist das der Weg, wo es weiter geht. Oh, hallo. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ich helfe dir. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ob das optional ist oder nicht. Ich weiß nur, dass hier so ein Schmierlappen ist. Den kriege ich aber relativ easy, wenn er nur um den Tisch läuft. Ja, achoo. Aber jetzt. ja gesundheitsriegel der ist gut sind munition auch gut die munition brauchen wir jetzt da ist eine kiste ich will mal ganz kurz gucken ein automat dahinter das ist schlecht weiß nicht wo diese ganzen kackautomaten sind ich kann hiervon gar nichts mehr wegschmeißen mal ehrlich außer hier aufstand flinten munition jetzt den akku auf weil will ich jetzt nutzen kann ich nicht nutzen okay dann legen wir den auch ab dann nehme ich mir den makellosen entschlüsseln ja ich gehe jetzt erstmal hier weiter keine ahnung ob ich hier ist aber noch kein speicherpunkt ne ach hier bin ich jetzt ach müssen wir da am anfang okay das war der rundlauf okay perfekt alles klar ich will ja schon gegen die kämpfen ne ich glaube ich muss auch gegen die kämpfen da dürfte mich ja jetzt gar nicht sehen da dürfte er nicht wissen von wo es gekommen ist das passt ich blieb dich nicht so mit mir an Heilung Alter Mistvieh Ja, ja, ist okay, auf den hier Du sollst nicht auf den treten, du sollst auf den hier treten Wer hat das gute Zeug Okay, also Immerhin sind wir, sind wir stark Können die halt echt gut Gut machen Die Flinte Flinte brauche ich eigentlich erstmal gar nicht Also Eigentlich Kann ich Hier bin Kann ich hier hoch und zurück Oh, das war gut Dann würde ich nämlich mal eben hier hingehen So, und jetzt mal eben ganz kurz Ich habe ja den Akku gerade genutzt Warte mal Ich, ähm Lass den mal eben hier los Wir nehmen jetzt den Akku Dann geben wir uns den Akku Oh, ist das wieder gut Skunkflinte Ne, jetzt Und jetzt nehmen wir wieder hier den Makellosen Entschlüsseler Ja, sonst nichts mehr nehmen Ja, hier war ja auch was Ach ja, das war auch so ein Akkuding Ich brauche unbedingt einen Automaten zum Verkaufen, Mensch Das ist kein Spaß Wir sind aber noch nicht an dem Speicherpunkt gekommen Wir machen so lange weiter bis wir an dem Speicherpunkt sind Okay, hier müssen wir jetzt weiter gehen Da ist einer Da raus ist einer Hier hat aber noch keiner gesehen Das ist schon mal gut Okay Ein Stück Wir haben zum Glück hier viel Dass wir die da durchfegen können, ne Hallo Die alle drei da Sehr gut Da hat eine Trophäe einkassiert Stolper nicht über deinen Kumpel da Okay Ich versuche das natürlich alles so Munition sparend wie möglich zu machen Ist klar, ne Mit Haarvoll Das ist was, was du nicht lesen willst Auch Invent Also ich finde, man hätte hier schon längst mal Was zum Verkaufen hin machen können, ne Bin ich ehrlich Vielleicht ist ja hier hinter was Hä Von da hinten was gehört Hä Ich hab hier alles ausgelöscht Da kann nix mehr sein Da geht's nicht weiter Okay Dann haben wir jetzt einen Speicherpunkt Mensch Wenn ich doch gegen einen von denen werde ich auch kämpfen müssen Das kann ich dir jetzt schon sagen Das kann ich dir jetzt schon sagen Oh 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 Hallo Hast du das, was ich nicht gehört hab? Wo kamst du hinher? Das ist ja mein Inventar zu gehen, ne Warte Warte Das ist jetzt hier komplettes Das ist maximale Nutzung Meines Inventars, ne Gehen wir nochmal zurück Das ist ja mein Inventar voll Okay Hier haben wir nix mehr Checkt euch nicht mehr mehr an Oh, Speicherpunkt Gut, dann würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Das wird jetzt ne heikle Angelegenheit Also Ich bin gespannt Vielen Dank fürs Zuschauen Macht's gut Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.